Ja, ja, hallo du. Ich habe gerade so einen richtigen Lauf auf Facebook. In den letzten 48 Stunden habe ich über 100, aber schon knapp 150 Freundschaftsanfragen bekommen von irgendwelchen Leuten. Und jeder schickt mir eine Messenger-Nachricht mit Hallo und Hey und ich habe 300.000 Euro für dich und ich habe 1,5 Millionen Euro für dich, das war bis jetzt das höchste. Und jetzt habe ich mir den Spaß erlaubt, auf 150 Messenger-Nachrichten 150 Antworten zu geben. Und zwar jeder hat die gleiche Antwort bekommen mit einer Liste von mir mit Hallo schön, vielen Dank für deine Nachricht, da sind meine Homepage-Links und habe eine Liste an Affiliate-Links von mir hinzugefügt. Und ja, das Lustige ist, diese Menschen schreiben jetzt da zurück, wie gemein das ist, dass ich ihnen jetzt eine Werbung zurückschicke. Ja, das Internet ist total unfair. Aber ich mache mir den Spaß jetzt dann noch weiter, also ernsthafte Anfragen natürlich gerne jederzeit, von mir auch WhatsApp oder was auch immer. Aber ich gehe jetzt noch eine Runde spazieren und absolut verschwachsen. Hefft an, ciao!